Damn, bin ich sexy. Hey. Oh! What? Was geht denn hier ab? Da muss ich einschreiten, das ist zufällig mein Hund. Nein! Oh, fuck! Gut, der Hund macht das, der Hund macht das. Ich hab erstmal keine Zeit, weißt du? Wenn ich ehrlich bin, hab ich jetzt so rein zeittechnisch überhaupt keine Zeit für sowas. Komm, hast du? Oh, ist er tot? Verpiss dich aus meinem Garten. Ich bin eine wunderschöne Amazone. Ahahahahaha! Shit! Nehmen wir mal mitkommen. Ah, ein Trilobid! Ja, sehr schön. Nicht wegrennen jetzt im Ernst. Schwer ist kaputt gegangen. Shit. Der frisst ja ohne Ende. Schittin ist sau wichtig, eigentlich für Körperpflege und so. So, jetzt haben wir hier mal ein schönes Lagerfeuerchen gemacht. Oh. Personal Owner, uff. Passt zu ihr, ne? Ist so ein Freund, hat gerade mal ein schön. Du bist bestimmt ein ganz lieber Dinosaurier, gell? Bist du lieb? It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Der ist gar nicht lieb, fuck! Oh Gott! Scheiß, böser Hund. Ganz arg, böser Hund. Nein, ich hole nur das. Oh, oh. Ich bin so geheim. Oh, ist das hell. Ja! Chill, 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 chill. Fürs Erste müssen wir hier weg. Oh, fuck, was? Was, was? Oh! Nein! Ich weiß, dass dir echt wunderschön ist, aber langsam müssen wir uns mal ein bisschen zivilisiert bleiben. Ist auch ziemlich sexy, oder? Du bist ein ganz lieber, gell? Ein ganzer. Ein ganz einfacher, ja. Und wir arbeiten am Haus, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und wenn ein Saurier kommt, ja, dann hab ich mich eingekackt. Aber das macht mir nichts aus, denn ich bin süß und auch ziemlich klein. Und der da, das ist mein kleines Schwein. Jo, putzi putzi puh! Achtung, Vorsicht, nicht, dass ich dich schlag. Schwein, nicht ans Feuerschweinchen. Nein. Ein Feiner bist du, ein Feiner. Du bist ein ganz Feiner. Oh, Feuer ist aus. Oh, fuck. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche eindeutig mehr Holz. No, no, no. Endlich können wir uns kleiden wie eine Frau von Welt. Oh, wie gut das aussieht. Wir brauchen mehr Zeug. Von Tieren. Haben wir hier noch einen kleinen Fisch? Ja! Zack! Jetzt habe ich ins Wasser geschissen. Oh, super. Wo ist meine Kacke jetzt hin? Die muss ich doch aufheben, Ada. So, du verkackter Rochen. Komm ran. Ja? Was wünschst du von mir, ne? Oh, 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 der sticht aber ganz schön hart zu. Zwei Stück, what the fuck? Ich brauche mehr Bären. Das geht so einfach nicht weiter. Was? Steine, die kann ich nicht essen. Und kleine, leichte Opfer. So ein Dodo oder sowas. Oder so eine Maus. So eine Spitzmaus. Äh. Halt. Warte, die sind ja gar nicht so stark. Ah, ich habe geschissen. Level 6. Das ist ja praktisch nichts. Was? Weißt du überhaupt, wie du da hochkommst? Du im Kopf. Oh! Bis morgen habe ich die Hand zahm gemacht, die Schildkröte. Slingshot. Okay. Jetzt ist er dran. Blup! Knapp. I gotcha, Batsch! Hat er nochmal geschissen vor Angst? Bapapapapapapapapapapa. Und dann mach Stände. Achtung, zack. Max Ross. Der andere darf die Leiche natürlich nicht sehen, deswegen stellst du dich einfach davor. Guten Tag, Sir. Gehen Sie ruhig weiter. Ja, ja, hier gibt es nichts zu sehen. Der denkt jetzt, wir wären eigentlich ein Eisverkäufer. Aber nee. Fast hat er uns... Hat er nochmal geschissen schon wieder? Aha, guck mal, wir können sogar den Buddy-Dragon. Guck mal, ich hab ihn dabei, Leute. Das hat sich erledigt. Ich nehm ihn mit. Gibt es jetzt zufällig noch so ein paar kleine Pimmel? Achtung. Viele Jäger scheißen, bevor sie jemanden killen. Viele Jäger gehen in den Busch. Ähm, so. Und dann mach Stände hier. Zack! Aber du musst zack rufen, sonst merken sie es nicht, dass sie tot sind. Ich benötige ein größeres Opfer. Der gewiefte Jäger stößt einen Lockruf aus. Und schmeißt dann. Der gewiefte Jäger weiß, wann es Zeit ist zu flüchten. Ist er mir jetzt best, deswegen... Der hat meinen Speer einfach mitgenommen. Der gewiefte Jäger kennt die Nummer der Polizei. Und er erhält, nach erfolgreicher Fahndung des Tieres, seinen Speer wieder zurück. Der gewiefte Jäger freundet sich mit seiner Beute an. Wie geht's dir heute? Was? Gut. Schä, der Schä. Und dann ins Gesicht. So macht man das halt. Es scheint zwar hart, aber so ist es nun mal im Leben. Level 20, was? Hab ich natürlich easy gemacht, den Kill. Shit, shit, shit. Jetzt ist rum, mein Sohn. Wie knapp das war. Den wollte ich gerade haben. Was ist das hier? Die Ness. Ich bin zu fett, ich kann nicht laufen. Weg mit dem ganzen Thatch-Zeich. Guckt euch mal diese Bach-Vorelle an. Das sehe ich von hier. Das ist ein super Tier. Richtig nicer Skin. Jetzt kann man das schön bauen. Das ist jetzt die Schlafsocke von der Uff. Wow.